Herr Lehrer, darf ich mal aufs Klo? Es war doch gerade Pause, warum warst du da nicht? Na, da musste ich noch nicht. Dann kann ich ja jetzt nicht so dringend sein. Doch, darf ich jetzt? Nein. Nein? Hat der Lehrer da wirklich gerade Nein gesagt? Aber der Schüler muss doch. Darf er oder darf er nicht? Erstaunlich oft verbieten Lehrer ihren Schülern, zur Toilette gehen zu dürfen. Dabei stellt das eine ganze Reihe von Gesetzeswidrigkeiten dar. Einem Schüler den Toilettengang zu verbieten, ist nämlich zum Beispiel eine Beleidigung, eine Körperverletzung und eine Misshandlung. Und das ist nur eine Auswahl. Mit anderen Worten, nein, ein Lehrer darf euch nicht verbieten, während seines Unterrichts zur Toilette zu gehen. Auch nicht während einer Klassenarbeit oder einer Prüfung. Was muss, das muss und das muss eben auch ein Lehrer akzeptieren. So, in der Hoffnung, dass ihr jetzt noch schaut und euch die kurze Antwort nicht schon gereicht hat, kommt hier noch ein bisschen mehr. Wenn Lehrer euch das gar nicht verbieten dürfen, warum tun sie es dann trotzdem immer wieder? Ich denke, das könnt ihr euch selbst erklären. Der Job eures Lehrers ist es, euch etwas beizubringen. Verlasst ihr den Unterricht, kann er das nicht. Und da ihr ja regelmäßig Pause habt, geht der Lehrer davon aus, dass ihr in der Zeit gehen könntet. Ärgerlich ist es, wenn Schüler ständig während des Unterrichts zur Toilette müssen. Dann beschleicht den Lehrer schnell der Verdacht, dass ihr gar nicht müsst, sondern irgendetwas anderes tun wollt. Und das ärgert ihn. Genau aus diesem Grund solltet ihr, wenn möglich, immer die Pause nutzen, um euch zu erleichtern und nicht absichtlich auf den Unterricht warten, um ihm dann gleich wieder entkommen zu können. So schön das manchmal auch ist. Aber als Schüler gibt es genügend Gründe, in der Pause nicht aufs Klo zu gehen. Sei es, weil die Pause zu kurz ist, zu viele Leute vor zu wenigen Toiletten warten, ihr erst noch das Klassenzimmer wechseln müsst, der Lehrer nicht pünktlich Schluss gemacht hat oder oder oder. All das spielt aber keine Rolle, denn wenn ihr müsst, dann müsst ihr eben. Mit vor der Blase kann man sich schlecht auf den Unterricht konzentrieren, darum ist es auch nicht im Sinne des Lehrers, dass er euch den Toilettengang verbietet. Euch sollte aber bewusst sein, dass der Lehrer euch zusätzlich abfragen oder euch mehr Hausaufgaben aufgeben darf, wenn ihr während seines Unterrichts zur Toilette geht. Er darf sich nämlich rückversichern, dass ihr den verpassten Stoff auch nachholt. Es gibt übrigens eine kleine Sonderregelung, die während Prüfungen oder Klassenarbeiten angewandt werden darf. Hier dürfen Schüler häufig nur einzeln zur Toilette, sonst trefft ihr euch irgendwo und tauscht Antworten aus. Das müsst ihr aber vorher wissen, damit ihr euch rechtzeitig melden könnt. Sonst ist die Blase richtig voll, aber vor euch dürfen erst noch drei andere Schüler gehen. In jedem Fall darf aber auch hier der Toilettengang nicht verboten werden und es spielt keine Rolle, wie lange die Prüfung dauert. Wie schon gesagt, euch den Toilettengang zu verbieten verletzt eine ganze Reihe von Gesetzen. Euch sollte klar sein, dass ein Lehrer, der dies dennoch tut, unter Umständen seinen Job verlieren kann. Wenn er euch also verbietet, aufs Klo zu gehen, solltet ihr ihn erst darauf hinweisen, dass er das nicht darf, bevor ihr ihn direkt irgendwo anzeigt. Wenn er es dann immer noch verbietet, könnt ihr den nächsten Schritt gehen. Aber aufgrund der heftigen Konsequenzen ist es sinnvoller, ihm erst die Chance zu geben, sein Verhalten zu ändern. Wer weiß, vielleicht weiß er ja auch gar nicht, dass er das nicht darf. Kaum zu glauben, dass man ein ganzes Video übers Pinkeln machen kann. Aber solange es Lehrer gibt, die den Toilettengang verbieten, solange wird es auch genügend Gesprächsstoff zu solchen Themen geben. Zum Wohle aller Beteiligten solltet ihr aber eben doch versuchen, euer Geschäft in den Pausen zu verrichten.